hi du hast dich gerade auf meinem kanal verirrt ich bin isa miss kreativ angel ich wollte dir einfach mal meinen kanal vorstellen und dir sagen was dich auf diesem kanal alles erwartet drei große themen habe ich bei mir auf dem kanal die ich gerne mache da der name ja kreativ ist und ich mich gerne kreativ auslebe haben wir einmal harry potter und merchandising alles was sich irgendwie um harry potter und merchandising dreht was man so in dem hintergrund ein bisschen erkennen kann halt alles was sicherheit wie gesagt um harry potter dreht dann einmal funfaction ich werde funfaction vorlesen die meistens auch mit harry potter zu tun hat dann einmal merchandising generell so figuren wie die der engel zum beispiel oder die wo auch schon videos auf meinem kanal sind einfach wo du dann sehen kannst was vielleicht ein gutes geschenk zum beispiel für eine freundin freund der vielleicht ein bisschen auf anime steht auf harry potter was man dem vielleicht für eine figur kaufen kann und wo ich meine figuren her habe halt so ein bisschen weihnachtsgeschenk mäßig und das dritte ist beauty wo ich euch dann meine real talk ein bisschen mit rip talk verbinde ein bisschen beauty verbinde wo ich euch dann zum beispiel die schatten paletten vorstelle die ich gerne benutze weil ich finde die kann man sich ja mal angucken und da es ja eine sehr kreative sparte ist oder ich eine kreative sparte habe ist das glaube ich für jeden was dabei heißt harry potter und merchandising funfaction zum einschlafen ähnlich wie hörbücher diejenigen die nicht wissen was funfaction ist ist eine selbstgeschriebene geschichte mit charakteren die es eigentlich schon gibt zum beispiel wir nehmen weil das in harry potter kanal ist nehmen harry potter zum beispiel dass nicht harry gewinnt sondern weil dem ort oder hermide mit drako zusammenkommt und 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 ja wie merchandising aussieht was vielleicht ein super geschenk zu weihnachten wäre wie zum beispiel ein zauberstab wenn du eine freundin und ein freund hast der wo der charakter zum beispiel der lieblings charakter hallo slackhorn ist oder der mag gerne animes wie naruto ob man da nicht eine naruto figur kaufen kann wie die aussehen sowas zum beispiel und type beauty ich habe mich jetzt wiederholt ich wiederhole mich gerne einfach nur zum innerlichen ja wenn dir das video gefallen hat unten ist der abo button ich würde mich auf jeden fall volle kanne freuen wenn du ein abo da lasst und ich dich öfter mal hier dreimal in der woche deinen tag versüßen darf dienstags und donnerstags und samstags ist funfaction tag da kannst du dir meine neuste funfaction anhören und ich sag dann mal wir sehen uns in den nächsten videos ich hoffe dir hat der kanaltrader gefallen und ciao